Ich arbeite seit fast 30 Jahren in der Blutspende. Auf und Abs hat es dort immer gegeben. Aber momentan fällt wirklich alles zusammen. Corona, Urlaubszeit und Flutkatastrophen. Wir steuern auf einen dramatischen Engpass an Blutkonserven hin. Und es ist kaum vorstellbar, für die Versorgung eines Unfallopfers werden manchmal bis zu 80 Blutkonserven benötigt. Und jeder von uns kann in diese Lage kommen. Daher meine Bitte, kommt und spendet Blut und rettet Leben.